das ist was wir machen müssen wenn wir glück haben so capture vehicle neben uns spawnt sofort hinfahren alles weg machen unseren wagen hinstehen warten dass leute kommen weil sie denken ein peter yeah hauen wir sie alle weg darfst halt das turret nicht bewegen den motor ja wir attacken ein john da ich bin langsam auf tankstelle ausschalten zum beispiel richtigen an sag ich doch du erkennst die an der auf der map selbst wenn die kein icon haben schwarzen rand voll ja look up 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 desink holy shit john john ja hallo hallo ewig desink ja ihr hört mich oder ja ja du fährst hier gerade durch uns durch die häuser ja ihr fahrt bei mir auch durch durch die ja scheiße das war es mit dem server glaube ich gerade fährst du bei mir michi wir fahren jetzt gerade ja ja der mit server ist weg das ist ein scherz oder ne der ist weg sag ich das weil alle diesel kamen bei mir ne lol wir stehen halt immer noch an der tankstelle michi ne ich steh auch in der rechten server ne der server result ist angeblich erst zu 2.40 in zwei stunden 40 nuten ähm warte mal kurz michi ich steig mal aus ach ne motorkette motorkette ja 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 hast du mal in den chat geguckt ja ich bin wieder da ich bin wieder da lol aber ihr seid nicht mehr an der tanke oder ich bin vorgefahren ich bin vorgefahren holy shit ich bin noch nie an der tanke maybe das ist da ganz vorne oder was ja ok na jetzt gehts weiter um hier major desink oh shit wow hohohoho ok what are you doing so haben wir aber glück dass wir nicht welche von den leuten waren die disconnected sind ne ja das war bitter gewesen jetzt ne passiert jetzt eben bis hier rennen und davon fährst du jetzt mit dem Motorrad mit 40 auf der Straße oder ist davon 3 LPCs gut und Fahrrad am besten noch oh what hey, es ist wind secure aber wir können auch erstmal wieder Richtung Gorka fahren die so ein bisschen zentraler sind die so ein bisschen zentraler sind auf der Fallzeit Stadt Wendekreis gerade schon oh mein Gott wie sie einfach mal alles verloren haben jene Raketenwerferwagen, jene Ammowagen, jene alles ne so würdest du das vielleicht auch gehen nur dadurch dass wir 3 Tanks haben verlieren wir einfach nur einen und die anderen 2 bei der Großen bei der Großen ja bei der Großen ist das hier Marazino oder? ja es ist Marazino Mieren geradeaus oder links? hier steht noch ein Panzer auf dem Sockel auf dem Sockel wir fahren zu langsam sorry das geht nicht schneller bist du voraus fahren? gehst du mit shift? ne? ja mit shift gibst du nochmal hier geht bei jedem Auto mich nicht na Mensch wie schnell er auf einmal geht wie laut er vor allem nicht ne? guck mal bei unserer West vorbei würde ich dann ne? und das nochmal in Schnee weiter Abzweigungen rechts zwischen ja sag einfach wenn dann wo möchtest du nicht den Raketenwerferwagen fahren? auch den Raketenwerferwagen wenn du möchtest gar hier machen möchtest ne? 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 vai Kai vai du oh blink du durch in f**** hilerius hier hier du f**** hilerius was mit der mine aufgeschickt ja er legt ja auch vorne ja unsere rampe ist weg war auf jeden fall jemand drin vorsicht, fahr mal hier links oder so sonst kommen wir bei der mainbase vorbei habe ich ein gps? ja, nice du kannst doch eh nur sterben, also aussteigen indem du getötet wirst du bist der fahrer du darfst nie aussteigen äh, bastard schöner desink mitten in dem wald rein was ist kann desink? ja lass uns doch bitte einfach irgendwo auf ne kreuzung stellen, alle im motor ausmachen und dann bei Google Lowo, kurz vor dem ganzen oder? an der kreuzung da müssen wir dann mal hin, wo sind wir denn? ja, Google Lowo fahr weiter, links ist der Google Lowo eigentlich schon ja, 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 ja nächste links oder, ne, fahr einfach geradeaus able to keep up kommt wohl gibt da einen Eli der kommt weg, die Eli links von uns ja, ist weit weg der Typ hat übrigens, äh, wie viele Raketen hat der geschossen gehabt? hier eine ist in den Repair Truck, der bei uns dran getaut war eine ist in den Boden und zwei bin ich umfahrende, indem ich links rechts immer abwechselnd gefahren bin so dass er daneben geschossen hat smart man ich war, äh ich war, äh, stolz von mir selbst haha nächste, nächste, äh, rechts und dann, nächste wieder links ja ist der no stores on this server? hey, you're not a smart man rechts, Mischi bei so we're 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 way to fast nächste links dann sind wir da ihr seid euch schon gutes Stück von mir oh also um die Bäume durch denken ja, da kann ich da ein Stückchen abkürzen um euch auf euch aufzuholen Mauer Baum ist weg Haus BAM! BAM! Oh, geisch, geisch! Geisch, geisch! Geisch, geisch! Der einzige ist, der direkt am Ganaden ist. Nee, ich... Er muss ihn stehen bleiben. Wir schienen, 100m oder anders zu links. Oh, wir sind schon oben! Junge! Wo ist denn der Groover? Links? Da, auf dem Hügel. Oh, da! Du kannst jetzt einfach übers Feld fahren. Draß ist, was du sagst. Hey, du sollst einfach nur einmal kommen, wo es am Feld ist. Halt dich rechts, Michi. Fahr rechts um die Bäume rum. Da sind überall Mauern in den Bäumen. Ach, das ist ein Globo, auf dem Scheiß. Ja. Oh! Enemy player just entered the gun store. We're coming for you, buddy. Buddy. Was ist, wenn er bei mir einsteigt? Was für euch kaputt macht. Weißt du was? Gun store! Gun store! Gun store! Gun store! Gun store! Gun store! Leaul! Ich hab ihn gebangt! Holy shit! War das der Einzige? Ja, war der Einzige. Leaul, ich hab ihn mit der PKT auch noch gebangt! Gott, miram was kaputt machen! Ich kann trotzdem, miram was kaputt machen! Ja lupt mal einer sein Geld, Alter! Ja, ich geh mal schauen! Nein, du bist der Fahrer. Du gehst nicht schaun! Fahrer gehen nicht schauen! Ja das ist so. Wenn du aussteigst, dann fällt. Oh, da hat der ja nicht mal real, der rechige Male. Aber der KSVK hat da, die nehme ich mir. Hat er sich gerade gekauft, der Arme. Oh, ein Mensch. Ihr fährt ein Moped irgendwo. Naja, da hinten läuft der Motor. Ich glaube es ist einfach nur der Sao, ne, am Novi würde ich sagen, oder? Oh, warte mal. Ist der komplett? Von oben vor dem Berg halt einfach, die treiben da auf rein. Das will die auch noch vorausfahren da. Das ist nur bei uns vorladen, weil wir schießen können beim Fahren. Da kann Wude sich mal ne Scheibe abschneiden. Oh, oh, dude! E-Sink. E-Sink. Der war so aus. Oh, ist der FIT gerade im Steam Online gekommen? Kann das sein? Du drängst mir Maven zur Weg. Maven komm jetzt links vorbei. Noch links vorbei. Naja, fahr doch einfach hinter ihm. Naja, okay. Tim braucht eins. Wir haben drei BMPs. Komm ran. Warum seid ihr so abgefuckt? Finiwub. Hallo. Wenn ich mich wüsste, du wüsstest, würde ich sagen, du wüsstest. Ja, ja. Ist das da unten schon Novi? Ja. Das ist Novi, ja. Passt auf Panzerminen auf. Fabian? Ja. Jango Unchained mitgucken mit meiner Frau und mir und Kollege von ihr? Nee. Ohne Kollege, wenn dann. Nur mit Frau und mir? Ja. Kollege ist nice, Mann. Jango entkettet. Das ist bestimmt ein toller Film. Das ist von Tarantino, der neue Western. Der wird richtig krass. Na Mensch, da hat Maven wieder zugeschlagen. Warum fahrt ihr eigentlich einfach rein? Dahinten fährt was? Wo? Himmelsrüstung. Äh, ja. Oh, dann darf man sich vorhalten wie der letzte Nazi. Ähm. Oh ja, tot. Lol. Michi, halt mal an. Wir machen hier mal ne Pause. Gucken mal, wo uns auch rein geht. Wie hab ich den getroffen? Ich fahr mal weiter rein, Sarge, oder? Ich hab 10 Meter hinter ihn geschossen. War das so was? Oder machen wir Starry sauber? War das die Querschläger? Starry rein, Abfahrt. Wie? Ihr fahrt jetzt einfach weiter, oder was? Nee, wir warten natürlich. Ja, ne. Ah. Bist du schon drauf, Finn? Bin grad, äh, am Joinen. Wir brauchen noch ein Kanar. Nice, Alter. Warte mal, bist du mit deinem Fahrzeug? Was kann ich? Ich steh noch vor Novi Entschwüter. Alter, was du die ganze Map macht. Ja. Ich hab den über Novi entdeckt getötet. Ja, dafür sind die Fahrzeuge halt da, ne? Ja, aber das Ding ist, ich hab halt auf, also ein bisschen vorgehalten, aber die Schüsse sind trotzdem 10 Kilometer hinter ihm eingeschlagen. Ich hab mich nicht entdeckt. Blasch, der Mensch. Wollen wir den Novi kurz warten, damit Finn einsteigen kann? Ich hab schon. Schau. Schau grad, ob's noch ein cooles Model gibt. Ja, Mensch, der ist ja. Der Black Suit. Mach mal eure Motoren aus, einfach. Wenn du dich auf was bewegen, ja, wenn du mal in die Auslandsicht gehst, dann schon, ja? Oh, geil, heute guck ich noch Hobbit. Gestern Abend geguckt, oder? Musst du Eisfilms, Finn? Ja, wo ist Eisfilms? Nice. Oh! Meven, hast du grad Konkurs angemeldet? Ja, aber er hat's überlebt. Guck mal, ob er die zweite neu überlebt. Wer denn ist da einer? Holy shit, der überlebt ja auch noch. Du weißt, dass du die steuern kannst, die Konkurs, glaub ich, ne? Er läuft da hinten auf jeden Fall lang. Das ist auch nur gegen Fahrzeuge, Maven, ne? Gegen Infanterie, wenn du zwei Meter daneben schießt und nur einen Meter, dann null Damage. Richtig buggy. Oh, warte mal, das ist die KV-PC, die soll ich nicht mehr nutzen. Oh, oh. Bad place to park, boys. Well, drive. Oh, oh. Bad place to park, boys. Well, drive. Das können wir machen. Ist Finn jetzt gespawnt? Nee, immer noch nicht. Red mal um. Ich will nicht durch Starry, Starry ist super gefährlich. Hauptstraße, Michi, oder D-Sync? Wiese, Mann. Bleib mal. Wiese. Wo habt ihr denn drei von den Dinger, was ist denn bei euch das? Michi hat einen gestealt, dann haben wir einen assassinated, dann haben wir noch einen assassinated. Und beim dritten Assassination haben wir dann zufällig noch einen Hormontruck für einen Rupertruck. Den gab's kostenlos dazu, wenn du drei BMPs kaufst. Den gab's gratis, ne? Oh, ich bin das. Könnt ihr mich? Könnt mich entweiten? Jo, dann bleiben wir noch kurz in der Range, würd ich sagen, ne? Bei random spawnen. Nice. Hast du den bekommen? Warte, ich bin irgendwo gespawnt, weil es bremst in Chakroba. Es sah so aus, als wenn ich hier schon mal gewesen seite. So sieht's hier aus. Konntest du spawnen? Nee, hab keine Anwalt. M110 Night Vision Scope, oder? Boah, alle aufpassen, ich mach die Wuppe neu. Oh, das ist BMP, das ist BMP! Warte, fahm mir einen Fremden! I don't know this guy. B1 und weit hoch. Ganz. B1 und weit hoch. B1 und weit hoch. Der ist sogar relativ nahe, aber... Ja, da fahren wir hin. Kann doch weg, woher wollen wir den auch? Ja, aber erst mal auf Finn warten. Oh, mich schnummern. Oh, 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 sorry, 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 du bist sogar da. Wieder rein, wieder rein, wieder rein. Dreht schon mal um. Andere Richtung? Ja, wir fahren einfach schräg durch. Oh, ich guckt ihn an. Oh, now the cool rocket is for sale. After three BDRs roll past me. Einfach quer, querfeld ein, hinfahren? Ja, ja, ja. Dann macht das doch eigentlich los. Ja. Mit wem soll ich jetzt laufen? Ja, am Laufkopf. Man greift nur so. Was wissen sie, was wir das sind? Weil ich 50.000 Leute mit dem scheiß MG zerficken hab. Fat Starry Bro. Ich hab's jetzt erst gelesen, wie gut es ist. Fat Starry Bro. Negus da, negus da. Ist Finn eingeladen worden? Ich lauf. Ja, aber du fahrst einfach vor mir weg. Ich dachte... Ich dachte... Ivan, halt mal an. Wir sind schon wieder Kilometer voneinander entfernt. Ich meine, das ist nicht schlecht. Eigentlich müsste man so fahren, ne? We have to kill many peoples. I am frapsing. Yes, I always kill a lot of people. Peoples. Peoples. Er hat ja noch einen, äh, links wo ist ein Panzer, ne? Ja, jeder einen eigenen. Das wär's, Alba. Der Kretsch der Base muss mal machen, ne? Der Base ist ja offen. Der Kretsch der Base muss mal machen, ne? Der Base ist ja offen. Also, jetzt bin ich am Start. Was ist los? Wollen wir nicht mal vielleicht 10 Sekunden anhalten, damit die Jungs hier einen aufschließen können? Ja, aber nicht im freien Feld da, ne? Tuckerst du so langsam rückwärts? Warum haben wir ein Symbol auf dem Panzer? Warum tucker ich rückwärts? Weil hier einer liegt. Da ist einer vor uns. Töt ihn. Vor uns? Ich bin über ihn gefahren, er ist nicht gestorben. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, fein, wir fein. Ah Mensch. Ich will nicht. Ich schieß jetzt einfach. Oder? Du musst, du musst weiter vorfahren, ich kann so tief nicht schießen. Ach so, ich hab noch keine Explosiven-Munition. Ist er weg. KPVT, Finn, ist deine Anti-Armor-Munition. Es war einfach dieser James, Alter. Ich überfah ihn. Ich überfah ihn, und er stirbt nicht. Finn, nicht die KPVT-Munition verschwenden. Ist er jetzt tot? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut.